Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo und willkommen beim Tele-Stammtisch, unserer leicht entflammbaren Podcast mit der torfig-spritzigen Note. Heute im Mitkanal verhältet hat sich Elemental, der neue Pixar-Film, den ihr ab dem 22. Juni in den Kinos sehen könnt. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was war das? Die Antwort, das war eine Einleitung. Wenn ihr euch auch noch fragt, wer spricht da? Hallo, ich bin erst du und ich bin nicht alleine. Heute an meiner Seite habe ich zwei richtige Experten. Einmal unser Experte für Essen und Saatgut, den Dominik. Hallo Dom. Das war ASMR für Wasser, Entschuldigung, aber hi. Okay. Und wir haben dabei die Frau, die alleine mit ihrer Herzenswärme das Strandhaus von unserem Chef beheizen könnte, die Yoshi aka Schlogger. Hallo. Hallo. Ja, nach dieser Einleitung brauche ich erstmal eine Pause und damit Schlogger und Dom was zu tun haben, stelle ich den beiden einfach mal eine Frage. Und zwar, wie steht ihr eigentlich zu Pixar? Und Schlogger, mach du mal einen Anfang. Yay, ich darf einen Anfang machen. Ich kann es ganz kurz machen. Manchmal sage ich auch, ich mache es kurz und dann wird es lang. Und so wie diese Einleitung. Ich liebe Pixar-Filme, die meisten. Und ich fand auch die letzten echt richtig gut. Also ich finde, Luca könnte ich mir drei Millionen mal angucken. Ich finde den großartig. Auch Turning Red habe ich neulich nochmal geguckt. Den mag ich auch total gerne. Also es ist für mich wunderbar. Ja, bin Fan. Ja, kann ich mich eigentlich im Großen und Ganzen anschließen. Ich bin großer, großer Pixar-Fan. Meine allererste Besprechung beim Tele-Stammtisch war tatsächlich auch zu die Unglaublichen Zwei damals. Äh, schöne Grüße an Andi. Ist jetzt auch schon bestimmt ja fast vier, ne, fünf Jahre her. Krass. Äh, ja. Und auch wenn ich jetzt zuletzt ja so ein bisschen, äh, die, die vergangenen, also jetzt so die, die, äh, sagen wir mal zwei, drei Titel so ein bisschen durchwachsen fand, äh, tut das meiner Liebe zu Pixar, äh, jetzt keinen Abbruch. Also ich sag mal in guten wie in schlechten Zeiten aber. Äh, im Großen und Ganzen bin ich trotzdem immer noch Fan. Ja, also Pixar steht für mich immer noch für Qualität. Eine Qualität, die nicht immer so die Höhepunkte von der Eins erreichte. Also ich mochte Soul sehr gerne. Ich fand Luca nett, aber bewältigen. Das Gleich geht für Rot. Aber, ich höre auch schon. Liebe für Luca. Liebe für Luca, wirklich. Ja, dann liebt ihn halt. Ich fand ihn okay, mehr auch nicht. Ich mag dafür, alles steht Kopf, ist für mich mein Lieblingspinner. Ja, gut. Und, ähm, Coco ist toll, Monster G ist toll. Ich hab damals den ersten Toy Story sogar noch im Kino geguckt. Aber Pixar steht für Qualität. Eine Qualität, wo ich aber ganz klar sagen muss, ich finde, dass die ein bisschen gestruggelt haben. Aber trotz allem, wenn ein neuer Pixar-Film erscheint, gibt es für mich keinen Grund, den nicht zu gucken. Und jetzt ist es endlich soweit. Elemental kommt. Endlich mal wieder ein Pixar-Film, der es nach Corona in die Kinos geschafft hat. Aber, wenn ihr euch jetzt sagt, wuh, jetzt reden Dominik, Schlöger und Stu über Elemental. Ha, nein. Wir machen es heute klassisch, ganz, ganz klassisch, so wie Pixar. Wir starten nämlich erstmal mit dem Vorfilm, den ihr vor Elemental sehen könnt. Ja. Der heißt Karls Date. Und der Dominik kann uns jetzt mal kurz erklären, worum geht's da eigentlich? Ja, das kann man relativ leicht erklären, äh, wem der Name Karl schon irgendwie halbwegs, also wo, wo bei manchen da schon halbwegs was klingelt. Äh, es geht um Karl Fredrickson, äh, dem grantigen Mann, der Hauptfigur aus oben. Und, äh, der wird, äh, im Laufe dieses, äh, Kurzfilms zu einem Date eingeladen und bereitet sich dann darauf vor, unter der Anleitung von dem Hund Duck, den man ja auch kennt, aus, äh, aus dem ersten Film und auch aus einer Disney-Plus-Serie. Ja, und da sind wir, glaub ich, auch schon so bei dem Punkt, äh, ich hatte es nämlich vorhin herausgefunden und auch schon so nach dem Kinobesuch die These, äh, das scheint hier tatsächlich kein eigener Film zu sein, sondern einfach, äh, die erste Folge der zweiten Staffel von, äh, dieser Serie Duck Days. Und, äh, ja, das ist nicht unbedingt so schön, wie ich finde. Wie hat euch der denn gefallen? Möchtest du es du, oder darf ich schon? Ich weiß es besser schon. Okay, du weißt es schon, dann wissen es eigentlich alle schon. Den Rest, die, die hier zuhören, die interessiert es ja nicht, was du zu sagen hast, oder ist du? Das stimmt. Nee, also ich bin absolut unwichtig, das ist, ich bin eigentlich nur hier, um zu moderieren und euch die Bühne zu überlassen und, äh, in der, in der Werbepause darf ich dann noch irgendwie eure, euch die Waden massieren, damit ihr dann für die zweite Halbzeit mit seid. Dafür bin ich hier. Sehr schön. Okay, also, äh, ich fand den doof. Kurz und knapp. Okay, äh, ich, 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 ich fand den auch total doof. Also, jetzt, 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 jetzt mach ich mich unbeliebt. Ich finde ja, dass Pixas oben einer der Pixar-Filme ist, der ja ziemlich krass abstürzt, also wortwörtlich. Der Anfang, muss ich drüber reden, ist sensationell. Ich glaube, wer da nicht heult, hat kein Herz. Aber ich finde, sobald Karl Fredrickson dann mit dem Haus abhebt, hat der Film mich verloren. Ich weiß nicht, dann macht der mir echt keinen Spaß mehr und der berührt mich auch gar nicht mehr. Aber tatsächlich, dieser Kurzfilm war, ich fand den echt öde und dafür, dass der, glaube ich, gerade mal zehn Minuten geht, hat er sich echt gezogen. Ich saß da und der Dominik und ich, wir haben den, ja, äh, also in den Menschen und damit auch Dax, äh, Daxgate, Daxgate. Daxgate, so würde ich es nennen. Daxgate Tales, meine Güte. Genau, genau. Wir haben ihn ja zusammen in dem gleichen Kinosaal geguckt, natürlich mit 20 Metern Abstand, weil wir uns nicht leiden können. Ja. Aber ich hab echt gedacht, okay, jetzt mach mit der Scheiße mal endlich voran, ich will jetzt Elemental sehen und nicht den, kack. Und ich finde, dass er technisch echt gut aussieht, aber, ähm, als ich dann erfahren habe, dass das angeblich halt die Pilotfolge der zweiten Staffel von dieser Serie ist, macht es für mich Sinn. Denn es wirkte nicht wie ein wirklich gut konzipierter, äh, Kurzfilm, wie sie Pixar früher immer gemacht hat, sondern wirklich wie, guck mal, hier ist eine neue Folge von so einer Serie, ich würde mal sagen, für Vorschulkinder, Grundschulkinder. Und ich war da wirklich enttäuscht. Ja, sehr ernüchtert. Genau, also oben, ja, oben ist ein schöner Film, aber sie sinkt auch ab in der zweiten Hälfte auf jeden Fall. Deswegen hat es mich gestört, dass sie überhaupt dazu, zu dem Thema und zu den Figuren noch einen Vorfilm machen. Dann fand ich Vorfilm, auch du sagst, der ist technisch okay, aber man sieht ja eigentlich gar nichts, also selbst wenn er technisch okay ist, und das ist er ja, es wird nicht ausgereizt, weil wir sind ja nur in einem Setting sozusagen. Die Geschichte ist total doof, die Geschichte ist total langweilig, also da, ich hatte, kann ich jetzt schon sagen, ich hatte auch keine großen Erwartungen an Elemente und mit dem Vorfilm wurden die nochmal runtergeschraubt. Ja, ich muss ja sagen, ich mag oben sehr, sehr gerne, ihr habt schon recht, in der zweiten Hälfte fällt der so ein bisschen der Konvention anheim, das ist aber auch eine Schwäche, die Wally zum Beispiel auch hat, wenn auch auf einer anderen Ebene. Ich hatte ein Kollege bei uns hier aus der Redaktion, der Chris, schöne Grüße, hatte das mal so irgendwie bei uns im Chat in Frage gestellt, warum da jetzt überhaupt irgendwie Carl Fredrickson zu einem Date geschickt wird, weil, ach ja, was wird denn seine tote Frau dazu sagen und so. Also, das greifen sie ja zumindest ein bisschen auf an der Stelle, da kitzeln sie so ein Quäntchen von dem, was oben ausgemacht hat, vielleicht heraus, aber ansonsten, ja, was man dem vielleicht noch geben kann, es ist ja tatsächlich der letzte, in Anführungsstrichen, Auftritt, zumindest als Voice Actor von Edward Essner. Also, der hat den ja hier tatsächlich nochmal gesprochen nach oben und das war ja auch kurz vor seinem Tod 2021, glaube ich, aber das macht den Film leider nicht besser und, oh, sie sollen echt aufhören, damit irgendwelche auserzählten Geschichten jetzt in irgendwelche Kurzfilme zu zerren. Also, meinetwegen irgendwelche Toy Story Charaktere, da gab es ja auch schon mal irgendwas mit Partysaurus Rex oder so ähnlich in der Badewanne, aber das hier, das war wirklich gar nichts und das tut mir bei einem Film wie oben auch wirklich weh. So, wir haben damit den Vorfilm in aller Kürze besprochen, ich bleibe, das Fazit bleibt übrig, wir können ihn nicht empfehlen, aber er wird halt einfach vor Elemental gezeigt, deswegen viel Spaß, deswegen kümmern wir uns jetzt gleich um etwas, etwas Besseres. Mal sehen, wir reden jetzt über Elemental, den Hauptfilm und der Dominik durfte jetzt uns erklären, worum es in Karlsdelt geht und jetzt darf die Schlöger erklären, worum es in Elemental geht. In Elemental geht es um eine Welt, in der die vier Elemente Feuer, Wasser, Erde, Luft zusammenleben und zwar in einer bestimmten Stadt, die dann auch der Hauptfokus der Stadt ist und es ist so eine Art Romeo und Julia Geschichte zwischen einem Feuermädchen und einem Wasserjungen. Und dazwischen wird auch noch eine Familiengeschichte reingesponnen, aber da werden wir sicher gleich im Cast drüber sprechen. Dankeschön. Ich bin ganz grob hier für die Fakten da, das ist ein Film von Regisseur Peter Son oder Son, der hat zuvor unter anderem Arlo und Spot gemacht, das ist ja einer der Pixar-Filme, die so ein bisschen unter dem Radar liefen. Der war grafisch wirklich sehr nationell, aber erzählerisch eher so ein bisschen mau und jetzt halt eben Elemental. Und ich weiß gar nicht, wie ich genau starten soll, aber ich sag mal einfach, mit welchem Gefühl ich aus dem Kino kam. Ich kam aus dem Kino und dachte mir so, war nett, aber Sumania hat das irgendwie besser gemacht. Ich musste während der Sichtung wirklich andauernd an Sumania denken. Bin ich da der Einzige? Nee, bist du nicht. Also ich hab da bei diesem Worldbuilding natürlich dran gedacht, weil sie haben natürlich diese eine Stadt, wie auch in Zootopolis heißt sie, glaube ich. Und wir haben die verschiedenen, da waren es Tiere, hier sind es Elemente, an die die städtlichen Einrichtungen dann quasi angepasst sind. Ich hab während des Films aber tatsächlich dann vergessen, recht bald an Zootopia zu denken, deswegen war es für mich okay. Ich hab auch sehr oft an, nee doch stimmt, Sumania heißt der hier in Deutschland, muss man aufpassen. An den hab ich auch sehr, sehr oft denken müssen und bei allen möglichen Elementen, hahaha, fiel mir so ein, oh, das hat Sumania aber besser gemacht und das hat Sumania besser gemacht. Und vor allem musste ich neben, also an Alu und Spot musste ich auch denken, auch schon aufgrund der Stilistik, also dass wir eine relativ in Anführungsstrichen fotorealistische Umgebung haben und die Figuren sind dagegen eher relativ rudimentär und comicartig gezeichnet, was ja bei Alu und Spot eben auch schon so die Stilistik war. Also da erkennt man Peter Son schon irgendwie als Regisseur wieder und zum anderen, äh, so der ganze Stil insgesamt, wie die Elemente dargestellt wurden, erinnerte sehr an, äh, den allerersten Regie, sag ich mal, Babyschritt, den der Regisseur gemacht hat. Äh, der hat ja vor Alu und Spot, was ja auch eher so ein, so ein Chaos-Projekt war, also, äh, das war, glaub ich, schon zur Hälfte irgendwie durch und wurde dann komplett umgeworfen und er hatte ein Jahr Zeit, das irgendwie zu fixen und umzumodeln und davor hatte er aber schon, ich meine, er hat sogar schon einen Oscar gewonnen für diesen Kurzfilm Teilweise Wolkig, ähm, also einen Vorfilm, den es ja mal gab. Ich glaub, das war sogar lustigerweise vor oben und, ähm, da geht's ja irgendwie darum, dass so eine Wolke, äh, für, äh, verschiedene Tiere, äh, oder, nee, Quatsch, genau, für den Storch, der an verschiedene Tiere, die, die, äh, Babys, äh, ausfliegt, äh, irgendwie die, die präpariert. Und, ähm, da hatte ich jetzt hier so das Gefühl, dass er bei diesem Kurzfilm, äh, schon dieses Projekt hier eigentlich im Kopf hatte und dass das wirklich so ein bisschen die Blaupause dafür war. Äh, habt ihr, erinnert ihr euch noch an den teilweise Wolke? Ich weiß ja wirklich schon ein paar Jahre her, oder habt ihr den überhaupt gesehen? Sah die Wolke so aus? Also war das Wolkendesign relativ nah an dem Wolkendesign? Ja. Ah ja, dann erinnere ich mich grob da dran. Ja, also ich kann mich auch grob erinnern, äh, dass ich den mal gesehen habe und hab dann auch hinterher, weil du es mir auch nach der Vorstellung gesagt hast, nochmal gegoogelt und ja, also diese, es gibt ja so eine, in Anführungszeichen, wichtige Wolkenfigur in Elemental und die erinnert mich stilistisch schon sehr an diese Wolken da aus, äh, teilweise wolkig, ja. Boah, aber ich bin so froh, dass ich nicht an, dass ich das alles nicht wusste, was ihr mir hier gerade erzählt habt, weil Alu und Spot fand ich auch total doof, also das ist einer der Pixar-Filme, der mich wirklich hart enttäuscht hat, einfach weil, natürlich optisch okay, aber Dinos sind, also die hauen mich jetzt nicht vom Hocker und die Story fand ich einfach, äh, wie betrifft ihr, danke dir. Ja, die Dinos-Sauber, wenn ihr euch beschweren wollt, die Mail geht an schlogger-at-tele-stammtisch.de. Vielen Dank. Also, was, Dinos sind toll. Hallo, Alu und Spot hatte ich ja schon gesagt, das war halt so ein richtiges Trainwreck-Projekt und da konnte man es noch irgendwie drauf schieben, also sie haben dann ja tatsächlich da sehr viel in der Story, sie haben da sehr viel Disney-Zeugs recycelt, also da sind so viele Szenen, da denkst du dir, oh, das ist aus König der Löwen und oh, das sind doch die Geier aus Dschungelbuch, die sie einfach durch das und das ersetzt haben, durch Flugsaurier, was auch immer. Technisch war der brillant, also, äh, der Abspann ist vor allem sehr schön, weil man da dann die Dinos nicht sieht, ähm, aber ja, dadurch war der so ein bisschen vorbelastet bei mir, muss ich auch leider sagen. Okay, das hatte ich zum Glück nicht, denn, ähm, ich konnte, ja genau, also deswegen konnte ich Elemente recht unerwartet mit nicht erwartungsschwanger, erwartungslos, erwartungslos ist das Wort, erwartungsnichtschwanger. Wie ist denn da das Wort, das weiß ich gerade nicht. Kurze, kurze, kurze Frage, wie kann ich mir das vorstellen? Unbefangen. Vor allem im Kinobesuch machst du so einen Erwartungstest, musst du da auf so einen Streifen pinkeln und bei zwei Strichen weißt du, oh, ich hab keine Erwartungen, sehr gut, oder? Welches Element bist du? Ja. Dann kommt noch schnell so ein Trailer von der Seite, nein, keine Trailerzahl, wobei ich hab tatsächlich, ich guck ja sonst, wie gesagt, ihr wisst das, äh, die, die schon mal einen Podcast von mir gehört haben und Stu weißt das auf jeden Fall, ich guck ja eigentlich keine Trailer vorher, weil ich möglichst nichts über einen Film wissen will vorher und bei dem Film hab ich natürlich einen Trailer geguckt, das war da vor tausend Jahren, als der erste Trailer kam und ich total aufgeregt war, yeah, neuer Pixar-Film und ich dachte nur, hä, das sieht, es hat, der Stil hat mich überhaupt nicht angesprochen, Ich fand auch diese Idee, oh, jetzt haben wir so eine Elementenwelt, das war für mich irgendwie so nichts Neues gefühlt oder zu naheliegend und drittens, ähm, die, da war ja oft der Vergleich zu alles steht Kopf, äh, das ist irgendwie, irgendwie hat mich das nicht, nicht angesprochen, der, der Trailer damals und seitdem hab ich auch nix drüber gelesen, nix drüber, mir keinen Trailer mehr angeguckt und bin ganz unbefangen in die Presseführung gegangen mit ganz vielen Kindern, weil es war eine deutsche Vorstellung, wo auch Kinder ab sechs mitgebracht wurden, und, ähm, nach dem Vorfilm waren meine Erwartungen dann noch weiter unten, sozusagen. Okay, ähm, jetzt sind ja schon viele Worte, äh, gesagt worden, die ich gerne aufgreifen würde, vor allem zwei Worte, äh, finde ich, sind verankert mit Themen, die, glaube ich, wichtig sind für unsere Besprechung, das eine war das Wort Stil oder Stilistik und das andere war Worldbuilding, zwei wirklich essentielle Sachen, äh, bei jedem Pixar-Film, vor allem jetzt bei Elemental, bevor ich mich aber darauf stürze, eine Sache, ob ich jetzt echt interessiere, also neugierig bin, wieso hast du gerade eben, du hast auch gesagt, der hat dich an alles still Kopf erinnert, das verstehe ich nicht ganz, was war das, was meintest du damit, ich bin jetzt, ich muss jetzt nachforschen, tut mir leid. Ich weiß gar nicht, da wirst du, glaube ich, die Nachforschung wird, äh, wird ins Nichts stoßen, weil ich gar nicht mehr weiß, wie die Verbindung gemacht wurde, es war einfach irgendwie, weil die, die, von den Farben her, weil die Gefühle ja auch so auf Farben aufsortiert waren, es war vielleicht einfach nur ein Gehirnfurz in meinem Kopf, keine Ahnung. Ja, dachte ich mir gerade auch schon, dass das so, ähm, da merkst du auch so, rein vom Figuren-Design, da ist schon eine gewisse Gleichförmigkeit, was das angeht, ne, aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Okay. Genau, wir können direkt zu dem, deinen wichtigen anderen angesprochenen. Genau, und weil ich dich jetzt so ein bisschen gefühlt in die Ecke gedrängt habe, liebe Joschi, darfst du dich jetzt anscheiden, willst du zuerst über die Stilistik oder über das Worldbuilding reden, wobei sich ja beides auch gut ergänzt. Ja. Äh, ich kann über beides, ähm, sprechen. Und genau deswegen ist diese Frau beim Tele-Stormtisch, sie kann einfach alles, okay, bitte. Sie kann sich auch richtig gut entscheiden, ähm, dann spreche ich mal über die, nee, wisst ihr was, wir haben jetzt schon so viel über Stil vorher gesprochen, ich hab das Gefühl, wir haben noch gar nicht, richtig über den Film gesprochen, tatsächlich. Ja, aber das gehört ja dazu, der Stil und das Worldbuilding gehört ja zum Film dazu. Ja, okay, dann bleiben wir, dann, okay, dann fange ich so rum logistisch, dann zäume ich das Pferd von hinten auf, dann bleiben wir doch beim Stil, weil wir ja von Arlo und Spot jetzt drauf gesprungen sind und ich hatte ja, wie gesagt, keine Erwartungen, beziehungsweise schlechte Erwartungen und ich, mir hat der Stil dann doch sehr gut gefallen, tatsächlich. Also, ich finde, die Figuren funktionieren auf Bewegtbild viel besser als auf Fotos. Ich hab ja dann ein paar Stills gesehen und man muss das Feuer in Bewegung sehen, man muss die Elemente in Bewegung sehen und es geht ja tatsächlich schon sehr viel eigentlich um die bewegenden Elemente wie Wasser und Feuer, also weniger um Erde und die funktionieren in der Bewegung ziemlich gut. Und mir hat der Film stilistisch, ich hab dem alles abgekauft und der hat mir auch gefallen, optisch. Okay. Dominik, willst du da ein Veto einlegen oder bist du da, Joschis Meinung? Ich lege da kein Veto ein, ich finde es nur eben halt bezeichnend den Hinblick auf die Stärken und Schwächen, die ich bei dem Film sehe, weil es stimmt schon, dass die Figuren, also wenn man die jetzt so auf dem Plakat sieht, dann wirkt das fast schon ein bisschen merkwürdig. Und wenn man dann so vor allem Feuer und Wasser dann eben in Bewegung sieht, das sind auch die besseren Szenen, wo sie wirklich so aus den chemikalischen Gegebenheiten und Möglichkeiten was machen, was die Figuren angeht. Und sie werden ja auch darüber definiert, also vor allem hier Ember, unser flammendes Girl. Das klingt scheiße, ich weiß. Unsere Protagonistin Ember, genau, ich hab in meiner Synopsis die Namen gar nicht gesagt, oder? Ember ist das Flammenmädchen und Wade ist der Waterboy, der Wasserjunge. Genau, genau. Jetzt klingt es irgendwie wie Lava Girl und Waterboy, ne? Gab es da nicht mal so einen Film? Ne, egal. Es gab so einen Kinderfilm. Ja, so ein Spike-Hits-Style. Oh nee, bevor wir abdriften. Okay, genau, ja, aber den gab es. Oh Gott, ja. Okay, also meine Meinung zur Stilistik, ich fand das alles sehr, also es hat mich nichts gestört an diesem Figuren-Design, denn wenn man mal ehrlich ist, nehmen wir mal, jetzt weil wir schon mal erwähnt haben, alles steht Kopf, da sehen die Gefühle ja auch relativ, sag ich mal, einfach aus, ja? Aber es funktioniert halt und genauso ist Elemental und ich fand, dass diese Feuereffekte wirklich gut aussahen, ob das jetzt wirkt, also es soll ja gar nicht realistisch aussehen. Von daher fand ich das absolut okay und auch teilweise sehr beeindruckend. Also stilistisch hat er mich jetzt nicht vom Hocker gerissen, aber ich finde, da merkt man schon einen ganz klaren, qualitiven Unterschied zwischen Pixar und anderen Animation-Studios. Also ich habe jetzt heute diesen Ruby-Talk abgesehen von Dreamworks und der ist halt von der Stilistik und animationstechnisch ist der so weit hinter jetzt Elemental, das glaubt man kaum. Aber gut, eine muss drauf, wir alle drei sagen, stilistisch gut, oder? Ja, sind schon schöne Ideen drin, also zum Beispiel, wenn ich das hier mit Ember, wenn die zum Beispiel, also es wirkt sich ja auch auf ihre Emotionen aus, die Farbe ihrer Flamme, ne? Und das ist ja auch bei richtigem Feuer so, dass je heißer es wird, sich dann die Flamme verfärbt. Das sind schon schöne Details. Ja, das haben sie von Herkules geklaut. Da übrigens ein ganz kleiner Kindereinwurf, das ist glaube ich das Einzige, was ich zur Kinderempfehlung sagen kann. Ich war in Begleitung eines Kindes unter anderem dabei und das meinte, die Szenen, wo Ember wütend wird, fand sie ein bisschen gruselig. Also hier als Einschätzung für alle, die vorhaben mit Kindern da rein. Ja gut, aber der Dominik fand das nicht gruselig, das war meine Kinderbegleitung, was machen wir jetzt? Ja, ich war aber auch das einzige Kind, was da nicht gelacht hat. Ja, aber mal ganz kurz, liebe Joschi, du als erfahrene Mutter würdest du sagen, dass der Film für die ganz Kleinen geeignet ist oder würdest du sagen eher so FSK 6? Also die Pressevorstellung war ja ab 6, das Kind, von dem ich gerade sprach, war auch schon 6. Deswegen, meine sind noch unter 6, also würde ich da, habe ich mir da gar keine Gedanken drüber gemacht. Er ist halt ein bisschen lange, also er ist ja länger als 90 Minuten und ich weiß auch nicht, ob der Film für Kinder so spannend ist aufgrund der Thematik. Ich meine, man sieht natürlich auch viele schöne Sachen und wir kommen ja gleich auf die Thematik auch zu sprechen. Deswegen wäre das nicht der erste Pixar-Film, den ich meinen Kindern zeigen würde. Den habe ich schon Luca gezeigt und Cars natürlich, weil das sind harmlose, einfache Filme. Ohne große, gruselige Stellen, die würde ich dann eher empfehlen. Also keine Angst, wir werden hier definitiv nicht über die Thematik sprechen, denn was soll da schon zu holen sein? Kleiner Scherz, natürlich, wenn wir über die Thematik sprechen. Aber bevor wir über die Thematik sprechen, möchte ich gerne den zweiten Haken machen und zwar das Thema heißt Worldbuilding. Dominik, deine Gedanken dazu? Ja, meine Gedanken dazu. Ich gehörte ja zu den unseligen Seelen, die den Trailer gesehen haben. Danke ans Trailerama, darf man gerne reinschauen. Du bist ein böser Mensch, nur böse Menschen schauen einen Trailer. Ja, genau, wir haben den ersten Teaser gesehen und wir haben den letzten Trailer, glaube ich, gesehen. Es gab auch, glaube ich, gar nicht so viel. Das Marketing ist generell so ein bisschen sparsam bei dem Film, was irgendwie schon auch ein bisschen was aussagt über Disney. Aber anyway, schon beim Trailer habe ich mir gedacht, ja, das ist nett, aber man darf die innere Logik dieser Elemental City wirklich zu keinem Zeitpunkt hinterfragen. Also, das ist mindestens auf einer Stufe mit der Cars-Welt, dass man wirklich nicht mal eine Sekunde lang wirklich mal drüber nachdenken darf, wie das jetzt überhaupt alles miteinander funktioniert, oder? Also, du meinst jetzt so Sachen wie, dass Feuer bestimmte Sachen zum Brennen bringt, aber andere Materialien dann nicht. Beispielsweise. Dass es fließendes Wasser gibt, aber auch Wasserpersonen, wobei sie das im Film ja ansprechen, also dass die Elemente noch nicht nur vermenschlicht existieren, sondern auch noch als Elemente. Aber die Frage kann man sich ja bei allen, wie ist das Wort, anthropomorphischen, also wo Tiere vermenschlicht werden. Ja. Wasserpersonen und das andere eben nicht und deswegen war das für mich auch okay. Oder gab es noch andere Unlogigkeiten? Ich erfinde eure heute einfachen Wildworte, die dich gestört haben bei dem Film. Wir machen ja nichts mit Sprechen hier, oder? Zum Glück. Also, ich würde das auch gar nicht jetzt so auf Logik schieben, denn das ist halt einfach eine eigene Welt, die ihre eigenen Regeln aufstellt, das ist absolut okay. Aber warum ich mich so an Somania erinnert gefühlt habe, ist, bei Somania gibt das ja auch, jedes Tier hat so eigene Welt, wer sich vielleicht daran erinnert, an Somania, der, ich weiß, das ist kein Pixar-Film, aber sei es drum, gibt zum Beispiel diese Welt, wo halt die kleinen Tiere wohnen. Und das funktioniert nochmal eigenständig für sich und bei Elemental, ich weiß nicht warum, gab es so viele Sachen, auf die ich nicht so richtig klar kam. Zum Beispiel, wenn dann diese Feuerwesen, die in einer Art eigener Stadt wohnen, ich würde mal, ich weiß gar nicht, ob das jetzt politisch korrekt ist, aber das wirkte auf mich so ein bisschen wie Chinatown. Ja, aber richtig. Da fährt dann andauernd so eine Bahn vorbei, so eine Hochbahn und da schwappt jedes Mal Wasser rum, aber richtig viel Wasser und ich habe mich immer gefragt, warum tun die denn nichts dagegen oder warum wird das, das sind so Kleinigkeiten, das hat mich nicht aufgeregt, aber es hat dafür gesorgt, dass diese Welt für mich im Gegensatz zu Somania nie so wirklich aus einem Guss gewirkt hat. Ich fand, es wirkte auf mich teilweise sehr bemüht, das irgendwie zu erklären und ein paar Erklärungen können sie gerne machen, aber irgendwann war ich es auch leid und irgendwann habe ich es auch sein gelassen, das zu hinterfragen, weil, wie Dominik schon sagte, wenn man anfängt, das zu hinterfragen, glaube ich, dann wird man lange damit beschäftigt sein, länger als der Film geht. Aber insgesamt muss ich sagen, ich fand die Welt nicht uninteressant, aber es ist keine Welt, die ich jetzt so spannend finde, wo ich jetzt sagen würde, boah, ich würde da gerne mehr Zeit verbringen. Aber gerade das mit der Wasserbahn, also das passt doch in die Geschichte, weil die Feuerpersonen sind ja ein Element, was in der Stadt eher wenig angesiedelt ist und sich da erst rein emigriert hat und das heißt, die Stadt ist da noch gar nicht drauf angepasst und das zeigt doch diese Wasserbahn auch. Ja, aber so viele andere Sachen, die einfach keinen, also das wird ja kurz erklärt, dass der Wade als Kind so ein Trauma erlebt hat mit einem Schwamm, aber es gibt doch so viele Sachen, die Wasser aufsaugen können, warum hat er dann keine Angst, wenn er, was ich, neben einem Erdklub mal steht oder so. Das sind so Kleinigkeiten, die für mich dieses Worldbuilding irgendwie so ein bisschen, es wirkte auf mich einfach nicht kohärent, so nötig klingt. Ich fand dieses, ich fand das ganz, ganz nett und ganz süß teilweise und natürlich auch sehr detailliert und auch fantasievoll, aber insgesamt war das ein Worldbuilding, was mich jetzt insgesamt nicht so wirklich im Hocker gehauen hat. Boah, das tut mir so leid für dich. Nö, das muss es nicht. Ich habe da halt einfach Erklärungen, ich habe Erklärungen in meinem Kopf zum Beispiel als Kind, der wusste halt, von Erde wird er aufgesaugt oder was auch immer ihm da einfällt, aber den Schwamm kannte er halt nicht und deswegen passt für mich sowas auch in die Logik. Und das muss ich auch noch sagen, um Joschi komplett zu schocken, ich fand halt auch, dass sie nicht wirklich viel daraus gemacht haben, also aus diesen ganzen Möglichkeiten. Du hast mal ein paar Gags, das dann irgendwie, was heißt das, Holz und Vorurteil von Jane Austen oder so, ganz nett. Aber wenn ich halt eben an Zumania zurückerinnere, wo es ja auch diese verschiedenen Welten gibt, diese verschiedenen Tierrassen, da haben sie einfach deutlich mehr mitgemacht und deutlich, wie ich finde, witziger, fantasievoller, detaillierter. Ja, und auch, ja, das mag zwar irgendwie die gefälligere Variante sein, aber bei Zumania hatten sie ja auch tatsächlich viele Popkultur-Referenzen, die einfach sowas von in Schwarze getroffen haben. Also ich sag nur, diese ganze Parodie auf der Pate, köstlich. Hey, nichts geht über Chris Pine in der Pinocchio-Remake von Robert and Maccas, ich sag's. Oh Gott, ja. Ja, und dann hier, ja, Triota und so ganz nette Details, was mich aber tierisch genervt hat und ich glaube, bist du auch neben mir so ein bisschen. Äh, wir müssen ja dazu sagen, wir haben die deutsche Version gesehen, da können wir vielleicht auch gleich nochmal kurz was zu Synchro sagen. Wir haben nur die deutsche Version gesehen, nicht die Originalfassung. Äh, und die deutsche Version zumindest ist geradezu verseucht mit mal mehr, mal weniger gelungenen Wortwitzen mit, äh, Elementen, was auch immer. Ja, und das hat mich irgendwann tierisch genervt, wirklich. Aber ich wage mal die Prognose, dass das in der Originalfassung, ja, ich wage mal die Prognose, dass es in der Originalfassung aber genauso ist. Und da, das ist eben, also das, ich glaube, dass, da kann die deutsche Fassung nichts für. Ich glaube, das ist im Original auch so, ohne es gesehen zu haben, wo gemerkt. Aber ich muss jetzt mal kurz, äh, Yoshi freilassen, weil die, ich glaube, die, 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 die es gerade erzucht. Ja, 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 ja. Ihre, ihre Temperatur steigt schon, die Farbe ändert sich, ja, ja. Ja, ja, ich bin gleich hier, die Ember-Explosion. Äh, nee, also ich, man muss ja auch dazu sagen, ich bin ja ein großer Wortwitz-Wortspiel-Fan. Mich kannst du auch Holz und Vorurteil, klasse, da liege ich, äh, mich krümmend auf dem Boden. Und ich habe, ich bin auch ein großer Fan von Sprache und deutscher Sprache. Ich hätte es wahnsinnig toll gefunden, den, wenn ihr den auf Englisch gesehen hättet oder ihn selbst auf Englisch zu gucken, um da den Vergleich zu haben. Mhm. Anglischismus eine sehr gute, äh, was sehr Gutes geschaffen hat, weil sie eben viele tolle, auch passende Wortspiele reingemacht haben. Auch zum Beispiel, als Ember mal sagt, okay, mich bringen keine zehn Pferde in die Stadt. Und ihr kleiner, äh, Erd-Loverboy sagt dann, okay, keine zehn Pferde, aber vielleicht ein Stückchen Erde. Und das ist, ja, sehr schön übersetzt. Ich möchte anmerken, dass dieser kleine Erd-Loverboy mein Highlight war, weil ich es geil fand, als er ihr dann zeigte, guck mal, was ich, was ich kann. Und dann unter seiner Achse so ein Blümchen spießt, das fand ich, das fand ich schön. Das hat mich daran erinnert, als ich als kleiner Zehnjähriger auch mal versucht habe, eine etwas ältere Dame zu bezürzen. Äh. Fühlt gut aus. Okay, ich finde es total witzig, weil für mich hätte dieser Erdjunge einfach, den hätte man auch rausschneiden können, den fand ich einfach unnötig. Aber da sieht man wieder, dass die Stogger keinen Sinn für Romantik hat, ne? Aber zu der Romantik kommen wir dann später. Nee, ich hab nur Sinn für blöde Wortmeldungen, genau. Ja, zur Romantik kommen wir später. Äh, was man aber noch zum Worldbuilding sagen muss, äh, in Hinblick auf sowas wie so Mania. Also, äh, der Film hat ja nicht nur gemeinsam dieses, äh, sag ich jetzt mal so, Topia, was er errichtet, äh, beziehungsweise Elementopia, egal, äh, sondern auch die mehr als offensichtlichen gesellschaftlichen Parabeln, äh, die wir hier haben, ne? Also, dass Ember halt irgendwie, es wird ja erwähnt, dass sie aus dem Feuerland kommen. Feuerland ist ja auch, glaub ich, ein alter Begriff, soweit ich weiß, für Island, wenn ich mich nicht irre. Auch wenn das hier nicht gemeint war, also, äh, man merkte schon sehr überdeutlich, Peter Son, ich glaub, der ist irgendwie ursprünglich aus Korea und hier steckt auch eine ganze Menge wahrscheinlich von seiner, äh, äh. Vietnam? Irgendwas, äh, war doch da am Ende. Warte kurz, nicht Google kurz. Ist, äh, also, ich hatte gelesen, dass er Koreaner ist und dass, äh, dass, äh, Embers Geschichte so ein bisschen seine Herkunft erzählt und dass Wade ... Er ist geboren in New York. Ja, super. Ähm, und dass, dass Wade halt eher so ein bisschen ihn emotional widerspiegelt. Ja, ja, genau. Er ist New Yorker, aber die Eltern kommen aus Korea. Genau, ja, da haben wir es dann auch schon mit hier, äh, Referenzen zu Chinatown und so, ne, ähm, und, äh, also, man merkt schon direkt, dass Ember mehr so aus der, aus der Arbeiterschaft kommt, ne, auch wenn ihr Vater natürlich irgendwie Unternehmer ist, äh, ihr Vater spricht auch, äh, am Anfang ziemlich gebrochenes, ja, in Anführungsstrichen jetzt Deutsch, ne, äh, während Ember das nicht tut. Das sind durchaus schöne Details, also, auch im Hinblick darauf, ja, sie ist, sie ist, äh, also, sie, sie kennt ihre Heimat Feuerland eigentlich gar nicht und ist direkt mit der, äh, ansässigen Muttersprache aufgewachsen und, äh, der Kontrast dazu ist dann ja Wade, äh, wo man ja dann auch merkt, dass der schon eher aus einer, ja, gehobeneren Mittelschicht kommt, sag ich mal, ne. Ähm, was mein Problem mit dem Worldbuilding ist, also, das ist, das ist alles nett mit diesen, äh, Details gespickt, also, äh, als dann Ember irgendwie auch mal zu Gast ist bei den Waits, sag ich jetzt einfach mal, oder Waters, keine Ahnung, ähm, äh, da kommt ja auch mal sowas wie, äh, was man auch schon in Get Out zum Beispiel erlebt hat, so positive Diskriminierung und so, also, von wegen, ach ja, du kannst aber erstaunlich toll, äh, die Sprache sprechen, für das du gar nicht daherkommst. Mein Problem ist jetzt aber mit dem Film, äh, dass diese Parabel, äh, mit Elementen leider auf mich halbgar wirkt, insofern, dass, äh, ja, wie soll ich das jetzt sagen, Unterschiede zwischen ethnischen Gruppen eben über chemikalische oder biologische Gegebenheiten erklärt werden und, äh, naja, anhand dessen wird ja abgeleitet, ja, Feuer und Wasser können halt nicht koexistieren, das ist ja nun mal eine Tatsache. Wenn man das jetzt aber zum Beispiel überträgt auf, äh, ja, unsere heutige Gesellschaft und auch, äh, eine diverse Gesellschaft, dann funktioniert das eigentlich hinten und vorne nicht, beziehungsweise... Funktioniert super! Ja. Okay, pass auf, pass auf, ähm, äh, ich hab jetzt, äh, in deinem, äh, ich hab jetzt sehr viel rausgehört und du hast eine Sache angesprochen, über die wir ja auch dringend reden müssen. Ja, weil es, weil es ein bisschen... Ich hatte, ich hatte, ich hatte, ich hatte zwei, ich hatte nämlich noch zwei Sachen jetzt hier stehen, die zwei großen R's, die mit diesem Film kommen, nämlich das Thema Romanze und das Thema Rassismus. Und ich glaube, das Thema Rassismus hast du jetzt schon angesprochen, deswegen lass ich schon über Rassismus reden und dann zur Belohnung ein bisschen über die Liebe. Ähm, und ich muss auch sagen, ich finde, dass der Film ganz klar das Thema Rassismus anschneidet und auch wenn ich, das kann ich schon mal sagen, der Film mich jetzt nicht so sehr überzeugt hat, fand ich es eigentlich ganz nett, wie er mit dem Thema Rassismus umgegangen ist, Weil ich mir mal gedacht habe, hey, ähm, ich als 40-jähriger, sehr erfahrener und sehr weise alter Mann, äh, der weiß das ja im Prinzip schon alles, aber es ist natürlich ein Film, der für die ganze Familie da ist. Und ich glaube tatsächlich, dass der Film es recht gut schafft, Kindern zu sagen, was Rassismus ist, wie Rassismus funktioniert und warum man, oder warum es empfehlenswert ist oder sehr schön ist, wenn man auch abseits von Klassifizierung jemanden zu schätzen weiß. Und, äh, weil ich die Stockhardt sehr schätze, würde ich mal sagen, was sie denn zum Thema Rassismus und Elemente zu sagen hat. Genau, also da kann ich direkt, äh, du meintest, Dom, das funktioniert für dich nicht, weil es eben sagt, dass verschiedene Chemie, Elemente dann eben, dass die nicht zusammenpassen und nicht gemischt werden sollen, aber darum geht's doch gerade in dem Film. Dass die alle denken, wir sollen nicht gemischt werden und dafür ist der Film, ist die Gesellschaft ja dann doch schon, die öffnet sich ja gerade, also die werden ja nicht aktiv diskriminiert, aber es ist irgendwie so unterschwellig. Und die versuchen dann ja zu zeigen, was ist, wenn wir es einfach versuchen, wenn wir uns vermischen. Und für mich hat das deswegen gut funktioniert. Also es ist ja auch, für mich ist es auch nicht eher eine Schichtparabel, sondern es ist ja dieses Migrationsthema ganz stark. Das auch, klar. Genau, also darum geht's doch. Es ist eine Einwandererfamilie, die auch ihre eigene Sprache spricht erst, diese Feuersprache. Sie kommt dahin, dann haben wir Ember, die eben in der zweiten Generation, also sie ist im, sie kennt ihre, in Anführungsstrichen, Heimat nicht mehr, sondern ist, ihre Heimat ist eben das neue Land. Und um dieses Thema ging's, das war das zweite Hauptthema, also jetzt würde ich nicht Rassismus sagen, sondern eben Romanze und Remigration. Und zwar, wie es eben um diese Kinder geht, was ja auch der Regisseur dann eingebunden hat, seine Erfahrungen, dieses krasse Schuldding von, meine Eltern sind für mich ausgewandert, haben alles aufgegeben. Wie viel darf ich mich dann ausleben? Also das fand ich total gut dargestellt. Auch wenn's eindeutig unterschiedliche Nationen dann darstellen. Das mag auch da drinstecken, aber auf der anderen Seite, wenn du drüber nachdenkst, also klar, sie finden natürlich jetzt zueinander, aber ich find's halt schwierig. Was, Spoiler? Wie bitte? Ich finde es halt schwierig, dass ethnische Unterschiede oder ja eben ethnische Diversität aufgrund von chemikalischen Gegebenheiten verhandelt wird in diesem Film. Und letzten Endes wird es ja irgendwo, also es ist schwierig, der Film ist da einfach leider, der ist gut gemeint, aber leider dahingehend so halb zu Ende gedacht, finde ich. Also das finde ich jetzt gar nicht so wild, weil so, wenn es ein Film wäre, der ein älteres Publikum anspricht, dann würde ich auch mitgehen und sagen, ja, das ist so vielleicht ein bisschen ungelenk, aber es ist halt, wie schon sagt er, ein Film für die ganze Familie. Und ich glaube kaum, dass ein Kind sich das ansehen wird und denkt so, ja, weil das Kind in der Nachbarklasse irgendwie ist es schwarz oder so und das liegt halt daran, dass, nee, also das ist ein Kritikpunkt, den ich wirklich als, da geh ich nicht mit. Ich finde, dass der Film vieles versimplifiziert, aber auch hier für mich das Hauptschlag-Argument ist, es ist halt ein Film, ein Familienfilm und von daher finde ich, dass er das relativ gut macht. Das hätte man besser ausarbeiten können, vielleicht auch ein bisschen drastischer herausstellen, aber auch hier halt wieder, es ist halt ein Film mit einer, ich glaube, FSK 6, wie Schlocker gerade sagt und von daher finde ich das sehr gut umgesetzt. Ja, mich stört es auch nicht, wie gesagt. Ich habe Mentren mal kurz gesagt, okay, ist es immer, haben sie jetzt gesagt, okay, Feuer ist immer feurig und Wasser ist immer emotional, weil nah am Wasser gebaut, aber das ist ja nur, das sind ja nur die einzelnen Charaktere. Die haben ja jetzt das nicht runtergebrochen und gesagt, eine Ethnie oder ein Element ist jetzt alle so, sondern das sind ja nur die einzelnen Figuren im Film. Ja, das ist halt vielleicht so das Problem, dass es nur innerhalb dieses Figurenkreises verhandelt wird und du dir halt nicht vorstellen kannst, wie diese ganze Welt drumherum irgendwie funktionieren soll, also auch mit diesem Holzjungen zum Beispiel, aber ich glaube, das führt jetzt ja auch in eine falsche Richtung. Wir könnten jetzt aber vielleicht übergehen zu den Figuren, du hast ja schon gesagt, die zeichnen sich dadurch aus, was auch ein Stück weit ihre, ja, ihr angeborenes Element ist, sage ich jetzt einfach mal. Also das heißt, dass Ember sehr impulsiv ist oder Stimmungsschwankungen hat, sich nicht unter Kontrolle hat und Wade ist, ja, nah am Wasser gebaut. Also näher am Wasser gebaut geht's eigentlich nicht, würde ich sagen. Ja, also mich erinnert das halt ganz klar an Schlöger und Dominik nur ohne die romantische Komponente. Ja, aber ich bin beides, also ich habe mich in beiden Figuren, mich mit beiden sehr gut identifizieren können. Okay, das ist interessant, weil, also ich bin eh kein Freund von dieser Phrase, dass man sich mit der Figur identifizieren kann, weil es ist halt ein Feuerwesen, wie soll ich mich damit identifizieren? Das wird ein super Cast hier. Ja, ja, ich merke das schon, ja, ja. Das wechselt so alle drei Minuten, alle gegen Yoshi, alle gegen Dom, alle gegen Stu. Schön, schön. Ich fand die Figuren zweckmäßig, ich muss aber ganz ehrlich sagen, sie waren mir irgendwann auch ziemlich egal, was ich sehr schade finde, weil es hier ja, wenn man es runterbricht, sehen wir ja eine Romanze. Und das Romanzen-Thema ist ein Thema, was ich gleich noch gerne ansprechen möchte. Aber am Anfang fand ich es noch ganz interessant und als der Film dann zu Ende war, dachte ich mir nur so, boah, irgendwie habe ich nicht das Gefühl für mich, dass sie daraus wirklich das Maximum rausgeholt haben. Ich würde mal einfach das Wort gefällig sagen. Also ich fand das alles irgendwie recht gefällig. Es war nicht schlimm, war nicht schlecht, aber es war auch nicht soweit gut, sage ich mal, dass ich gesagt habe, wow, das fand ich jetzt sehr überzeugend. Okay, müsst ihr mir auf jeden Fall, irgendwann müsst ihr mir gleich Raum geben, damit ich, äh, meine, damit ich hier die gegenteilige Meinung dazu brauchen kann. Ich müsste in Dung für fünf Minuten aufs Klo. Kannst du so lange noch aushalten. Ich kann mir die fünf Minuten nutzen, die du auf dem Klo bist, um positiv über den Dünnchen zu sprechen. Ich spare mir mal ein monologisches Schlogger, Entschuldigung. Na, aber bitte. Heißt, ich darf jetzt schon? Du darfst jetzt, ja. Du darfst jetzt. Ladies, stage is yours. Also, okay. 21, 22. Also es kann daran liegen, dass ich so schlechte Erwartungen hatte, die dann ja dementsprechend nur besser, der Film konnte nur besser werden als meine Erwartungen. Aber ich, ähm, ich fand den Film wirklich richtig toll. Also ich hab, ich kam da schon rein, ich hab nicht mit dieser Migrationsgeschichte gerechnet, die fand ich schon total schön erzählt. Ähm, ich fand dieses, dass Amber so impulsiv ist, da konnte ich mich mit identifizieren, weil das hab ich eben auch manchmal, vor allem durch Kinder kennt man das ja. Und das wird ja auch gut erklärt, da springe ich gleich zurück, was ich damit meine. Und auch als Wade eingeführt wird, der da erstmal so weint, weil es ihm so leid tut. Ich hab gelacht. Also mir ging das nie auf die Nerven, dass der so emotional ist. Außer vielleicht ganz, also okay, ein bisschen übertrieben. Aber ich hab, dieser Charakter Wade, der hat mich gleich gekriegt von Anfang an. Und zwar, jetzt kommt hier mein großer Bogen. Ich bin ja, ähm, Autorin und ich schreibe über wertschätzende Kommunikation. Und dieser Film hat so viele Themen zu positiver, wertschätzender Kommunikation aufgemacht. Nicht nur zwischen Eltern und Kindern, worüber ich ja schreibe, sondern, was ja, wobei das meiste auch auf, äh, auch zwischen Erwachsenen darunter sich runterbrechen lässt. Sondern auch auf, ähm, zwischen Erwachsenenbeziehungen im Film. Äh, zwischen Erwachsenen Menschen. Und zwar, es ging so um ganz viele tolle Themen wie, du sollst deine Gefühle zeigen, du sollst, ähm, die Chancen nutzen. Die sagen ja sowas wie, das Feuer brennt nur einmal kurz. Also nutz es, wenn es scheint, so jetzt ganz, äh, schlecht paraphrasiert von mir. Die, es geht um das Thema, den Kindern weitergeben, dass sie geliebt sind, unabhängig von ihren Leistungen, sondern für das, was sie sind. Dass die Kinder nicht das Gefühl haben, ich muss irgendwas leisten oder ich muss irgendwas abliefern. Sonst lieben mich meine Eltern nicht mehr oder sind nur dann stolz auf mich. Das war ein großes, wichtiges Thema. Dann ist total wichtig, dass man an sich glauben soll und dass man in sich hören soll. Und da schließe ich jetzt den Bogen zurück zu Embers Ausbrüchen. Da sagt ja Wade zu ihr, solche Ausbrüche können ein Zeichen dafür sein, dass dir, dass irgendwas Unbewusstes in dir schwält. Und das passt auch so gut zu Triggern und zu, ähm, jetzt bei Kommunikation mit Kindern zum inneren Kind, dass man merkt, was triggert dich denn? Das sind alles nur Punkte, in die du mal reinhören solltest, um zu gucken, was hast du da in deiner Lebensgeschichte, was hat dazu geführt, dass du auf diesen einen Punkt so triggerst? Also zum Beispiel, du wirst wütend, wenn jemand dir nicht richtig zuhört, weil du eben viel Missachtung gehört hast. Oder du wirst, äh, du hast das Gefühl, du musst ganz viel lernen und ganz viel abliefern, weil du nur geliebt wirst, wenn du eben Leistung abbringst. Und das sind so riesig große Themen, die haben mich so krass berührt und so krass gekriegt in diesem Film. Ich muss wirklich sagen, mein, mein, ich habe so viel geweint während dieses Films. Mein, mein, mein T-Shirt, mein Top, was ich anhatte, das war triefnass danach. Ich, als mich danach Leute gefragt haben, wie ich den Film fand, musste ich erst mal sagen, ich kann gerade noch nicht sprechen. Und auch das Kind, mit dem ich im Film war, hat mich danach gefragt, warum weinst du denn eigentlich? Und ich musste ihr dann einfach mal erst mal erklären, ich weine nicht, weil ich traurig bin, sondern weil mich dieser Film so getroffen hat. Und, äh, ich könnte schon wieder anfangen, wenn ich jetzt so drüber rede, zu weinen. Ich, der hat mich einfach zum richtigen Zeitpunkt total berührt, dieser Film. Also, ich finde das, ich finde das schön und, äh, ich, wie gesagt, ich möchte eigentlich sagen, dass das ein schlechter Film ist. Ja, ist ja nett. Ich habe die These, dass es einfach keine Klimaanlage im Hamburger Kino gab. Äh, nein, also, du, pass auf, ähm, das ist ein Film, wenn, wenn der dich halt emotional berührt hat, warum auch immer, dann ist es absolut okay. Und dann ist das freundlich auch für dich, ne? Ich, ich, ich kenne auch Filme, wo... Ja, ich kann halt noch fühlen, ihr zwei. Ich kann es, ich kann es in Teilen auch nachvollziehen. Nein, nein, ich kann das komplett nachvollziehen, weil, weil ich habe auch Filme, wo ich weine, wo wahrscheinlich ihr beiden sagen würde, schäme ich so an, du Lusche, ja? Schweinchen namens Babe wahrscheinlich, warum ist sie kein Schnitzel? Ich war da nach zwei Wochen Vegetarier, ja. Ist Tyler Rake jetzt wirklich gestorben? So, also, also, ähm, mein Problem halt einfach ist, und das ist ein, mit seinem Argument, das ist so ein Todstag-Argument, und das ist eigentlich total scheiße, aber ich fand den Film halt total vorhersehbar. Mir war halt ab und zu dem klar, was passieren will. Mir war klar, wie die Emma zu ihrem Vater steht, aber auch zu diesem Geschäft, was sie übernehmen soll. Und das verlief halt irgendwann so in so vorhersehbaren Maßen, und dass es einfach für mich nicht Klick gemacht hat. Wenn das bei dir, liebe Yoshi, Klick gemacht hat, ganz, ohne, ohne es jetzt wirklich, ähm, ironisch zu meinen, freut mich für dich. Und nochmal, ich finde auch nicht, dass Elemental ein schlechter Film ist, aber bei mir hat halt nicht diese Wirkung wie bei dir. Und ich bin, da muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen neidisch, dass ich nicht diese Wirkung auf diesen Film habe, denn ich mag es ja, bei Filmen zu weinen. Dass du nicht die Wirkung auf den Film hast. Und deswegen bleibt für mich nur ein Fazit übrig, warum es nicht bei mir gewirkt hat, Dominik ist schuld. Ja, oder das Kinderthema vielleicht auch und das ganze Kommunikationsthema dann doch. Wobei, ich war auch mit Eltern im Film und die haben eindeutig nicht so viel gemeint wie ich. Ich nehme dann also zunächst ein PV mit Stu, und das ist ja der Abschluss von Indiana Jones, oh mein Gott. Da nehme ich wahrscheinlich so einen aufsetzbaren Regenschirmhut mit irgendwie, ne? Und dann, naja. Was ich jetzt aber spannend finde, Schlogger, was du gemeint hattest mit, oder Yoshi, Yoshi Schlogger, egal, ich mag Schlogger. Können sie auch gerne Manfred nennen, oder? Ja, Manni, Manni. Was ich spannend fand, du hattest ja am Anfang erwähnt, dass der Film dich aus unerfindlichen Gründen irgendwie an Alles steht Kopf erinnert. Oh nein, das werde ich auch darauf immer festgenommen. Wenn du jetzt so an Amber denkst, also dieser Konflikt, das irgendwie unterbewusst bei ihr eine gewisse Unzufriedenheit oder Unsicherheit oder, ja, Angst hat Erwartungen nicht zu erfüllen, ähm, das ist ja auch ein Motiv, was wir in Alles steht Kopf haben und was leider, leider viele Menschen in Alles steht Kopf völlig missverstehen. Weil es gibt ja diese Fraktion, die sagt, dass, äh, Riley in Alles steht Kopf nie wirklich Herren im eigenen Hause ist und dass aber gerade über diese Figur Kummer das in ihr hochkommt, was sie gerade wirklich empfindet und sie dann ja auch über diese Figur lernt, das zu akzeptieren. Ähm, und das ist hier ein Stück weit eigentlich auch so, weil sie lernt durch Wade, lernt sie zu verstehen, was sie eigentlich wirklich möchte und es kommt ja auch ein Talent in ihr hoch, äh, was sie eigentlich schon ewig kann, das werde ich jetzt natürlich nicht spoilern. Ich muss sagen, das fand ich sehr schön. Das war auch wieder in Verbindung eben mit, äh, ja, äh, den, den chemikalischen Möglichkeiten, die man, äh, da nutzen konnte, na, auch um ein bisschen was über die Figur an sich zu erzählen. Das, das fand ich sehr gelungen. Ähm. Das fand ich auch alles cool mit diesen Chemikal, also, dass, dass sie halt viel damit spielen, viele schöne Ideen haben, was die Elemente denn so könnten, theoretisch. Ja, und dass das eben auch so, äh, das halt natürlich auch so typisch, also, ach ja, es ist ja nichts Besonderes. Was? Du bist das größte Talent, du musst es fördern und so, ne? Das ist, äh, das ist aber auch durchaus typisch für solche Geschichten. Ich kann mich aber aufs Du anschließen. Der Film ist wahnsinnig vorhersehbar. Äh, also, du kannst das auch so viel zu sehen. Du kannst eigentlich jede einzelne Szene sagen, oh, jetzt kommt das und jetzt kommt das und jetzt kommt das. Und die Inspiration dafür war ja auch das, ich hatte ja vorhin schon Get Out in den Raum geworfen, eine Inspirationsquelle für das Ding ist, äh, rat mal, wer zum Essen kommt. Das ist ja praktisch die, äh, klassische Version von Get Out, der wiederum auch davon beeinflusst ist. Und, äh, ja, da fiel es für mich einfach so ein bisschen schwierig, mich wirklich auch mit den Figuren zu befassen. Und mein Problem mit den Figuren war leider auch, äh, das war mir, also vor allem, was Wade anging, war mir das irgendwie zu wenig. Und ich hab auch nicht so wirklich verstanden, und da kommen wir jetzt auch eigentlich zu dem Kern des Films, nämlich die Romanze. Die ist, die ist nett erzählt und sie hat auch ihre Momente, da würde ich auch Stu widersprechen, äh, Stu, was, was du, äh, nach der PV meintest, dass der Film für dich keine Pixar-Magie hatte, die hatte er für mich schon, die blitzte da für mich durch. Nee, das stimmt. Äh, in einigen Szenen. Aber, äh, es ist so, äh, ich hab, ich hab da nie so richtig Zugang zugefunden. Und vor allem hab ich auch zu deren Verhältnis nie so wirklich Zugang gefunden, beziehungsweise, warum die jetzt eigentlich genau zusammenfinden. Weil Wade, äh, im Gegensatz zu ihr irgendwie doch ein bisschen rudimentär gezeichnet ist als Figur, fand ich. Überhaupt nicht. Ja, weil ihr jetzt wieder mit Kischee, wenn jemand seine Gefühle zeigt, dann ist er nicht wertvoll oder hat keine Figur oder was. Vor allem als männlicher Charakter. Schaut her, ich bin aus Wasser, deswegen ist der Gag, dass ich die ganze Zeit heule. Lustig ist in Kanadala. Ja, wirklich. In Schlutzbächen und die ganze Familie auch, ja. Wegen der Romanze, Romanze, danke, Dominik, für die Überleitung, denn die Romantik, die Romanze, darüber müssen wir auf jeden Fall reden. Und ich möchte das gerne anfangen mit einer Reise zurück und ich möchte, dass ihr jetzt euch Folgendes vorstellt. Es ist 2000, Ende 2011, Anfang 2012 und der kleine Stu schaut sich den DreamWorks-Film Megamind an. Äh. Äh. Und eben kurz muss ich abwarten, weil hier schon wieder ein scheiß Krankenwagen vorbeifährt. Äh. Das ist doch okay. Wir sind bei Megamind. Emotionen, nicht Elemente hier heute. Und bei Megamind gibt es eine ganz, ganz kurze Szene, wo der Titelheld oder Titelschurke sich in einen, Anführungszeichen, normalen Mann verwandelt und mit der Starreporterin dieses Films, mit der weiblichen Hauptfigur quasi, ein, ja, ein bisschen rumflirtet. Also was heißt flirte? Sie sprechen miteinander, sie gehen aus und das hat für mich unglaublich gut funktioniert. Ich dachte mir so, boah, eigentlich, ich würde gerne mal so eine, in Anführungszeichen, romantischen Film oder eine Romcom als Animationsfilm sehen. Und dann ein paar Monate später habe ich vor Ralf Reichts den Kurzfilm Paperman gesehen, der auch als Romantik oder Romanze sehr gut funktioniert. Und auch da dachte ich mir, ich würde gerne eine Animierte, nochmal, eine animierte Romantik sehen mit der Disney-Pixer-Qualität auf der technischen Seite. Und jetzt habe ich hier Elemental und ich habe mich wirklich darauf gefreut, weil ich dachte, okay, ich bekomme jetzt Romantik. Und ich weiß, ich tue oft, dass ich so der knallharte Motherfucker bin, weißt du, der Typ aus Stahl, ja, aber ich mag es ja, berührt zu werden. Ich mag das. Und muss dann aber leider sagen, es hat bei mir nicht gefunkt. Leider. Ich finde, die Romanze ist, und wenn jetzt Schlogger gleich wieder hier rumkrakiert und sagt, das stimmt nicht, sie fand es so. Sie macht den Wade gleich, sie macht den Wade. Ich gönne dir das, meine Liebe. Ja, ich habe auch nach dem Film gesagt, ich bin der Wade. Ja, ich gönne dir das vom ganzen Herzen, aber für mich hat diese Romanze, es hat einfach nicht klick gemacht. Das sprühen bei mir keine Funken und das nicht nur, weil sie aus Feuer und er aus Wasser ist. Es hat bei mir nicht funktioniert und ich glaube, und ich ruhe jetzt, und ich glaube, Entschuldigung. Und ich glaube, es liegt einfach daran, mich hat einfach das Design irgendwie gestört von beiden. Irgendwie hat das bei mir nicht, also bei Megamind sahen die Figuren Nantungszeichen aus wie Menschen, bei Paper Man waren es Menschen. Ich glaube, ich kam einfach mit dem Design nicht zurecht und finde es schön, dass Elemental ja auch so als Romanze vermarktet wird. Und das ist sie auch. Aber bei mir, und ich wiederhole mich, da haben die Funken leider nicht ausgereicht, um mein Herz zum Strahlen zu bringen. Und jetzt kannst du mir gerne Gegenwind geben, Schlogger. Viel Spaß. Ich fand sie mich schon mal. Ja, da haben wir wieder das Grundproblem mit den Erwartungen. Also die kann man ja nie abschalten, aber das mit Vergleichen und Erwartungen, du hast da ja auch gehofft, dass eine Romanze erzählt wird. Ich wusste einfach gar nicht, um was es in dem Film geht. Also ich wusste natürlich schon, es gibt ein Feuer- und ein Wasserwesen, aber ich habe jetzt mich überhaupt nicht mit dem Film befasst. Ja gut, aber ich habe auch schon Filme gesehen ohne Erwartungen, da wurde ich ja toll, ich habe schon Filme gesehen, da hatte ich eine ganz andere Erwartung. Die haben mich trotzdem überzeugt. Ich würde es deswegen nicht immer nur auf die Erwartungen schieben. Ja, das finde ich nur klar, aber bei einem Pixar-Film ist es ja, ich meine, da kann man ja gar nicht erwartungslos reingehen, theoretisch. Vor allem, wenn man Fan ist. Aber ich denke schon auch, dass viel bei mir damit gespielt hat, dass ich wirklich gar nichts drüber wusste und deswegen auch keine Hoffnung trug in mir. Schlagert, die Hoffnungslose. Genau, die Hoffnungslose. Wir hatten es vorhin, ich hatte vorhin eine gute Idee für eine Überleitung, die habe ich jetzt aber verloren. Schade, vielleicht fällt es mir ein, während ich hier weiter spreche. Willkommen im Club. Und zwar, ein Punkt, den ich auch noch ansprechen wollte, ist, dass die deutsche Synchro ausnahmsweise nicht irgendwelche bekannten Sprecher hat. Also ich kannte zumindest keine Promis. Äh, doch. Ach ja? Okay. Ähm, ja, äh, Ember war Emilia Schüle. Aha. Ich glaube, er kennt sie nicht. Oh ja, die Emilia. Oh, sorry. Sorry. Emilia, die Alte. Moment, Moment, Emilia Schüle ist durchaus bekannt. Äh, Janik Schünemann jetzt nicht so, äh, als Wade, aber Emilia Schüle kennt man schon. Ich glaube, äh. Ja, aber doch nicht als Promi. Also ich glaube, was ich aber damit sagen will, ist, es ist kein Animationsfilm, wo plötzlich Boris Becker eine wichtige Rolle spielt. Ich glaube, das ist ja klar. Ah, ich habe meine Überleitung wiedergefunden und zwar von Megamind. Da ist ja ganz klar, wir haben Will Ferrell, wir haben Brad Pitt und hier in dem Film gibt es eben keine großen Namen. Und das war sehr toll, weil ich fand, die Synchronstimmen, die haben mir gefallen. Und es war nicht so, okay, der muss jetzt da rein, um irgendwie noch Werbung für den Film machen zu können. Sonst war einfach nur, wir brauchen einen guten Synchronsprecherpunkt. Das wollte ich nur noch als, noch als gut, als Pro für den Film auf die Liste setzen. Ja, als Pro kann ich tatsächlich auch die deutsche Synchro nennen. Also, ja, Janik Schünemann fand ich ein bisschen schwächer, aber Emilia Schüle fand ich wirklich erstaunlich gut, muss ich sagen. Ja, ich kann zu der Synchro genau das sagen, was ich Dominik nach der Vorführung gesagt habe, als er mich gefragt hat, wie fand ich die Synchro? Ja, war gut. Also, da hat sich bei mir nichts wirklich negativ bemerkbar gemacht. Und ich habe davor den neuen Transformers in Deutsch gesehen und da haben sie wirklich zumindest eine Synchronfilbesetzung, eine ziemlich deftige. Und ich kenne noch die Zeiten, als nicht nur Disney, sondern wirklich alle großen Studios gedacht haben, wir müssen irgendwie Promis in den Film reinbringen. Was dann zu Synchronationen geführt hat, die einfach nur gruselig waren. Und davon ist Elemental wirklich weit entfernt, würde ich sagen. Ich muss aber auch sagen, ich hätte ihn gerne im Original gesehen, das muss ich auch sagen. Ja, ich hätte ihn auch gerne. Aber es ist doch schön, da freut man sich drauf, ihn nochmal zu gucken, einfach um den Vergleich zu haben. Naja, es ist Disney, also wird er vermutlich in drei Minuten auf Disney Plus erscheinen. Das wäre bei Wade vielleicht auch ganz spannend gewesen, weil Wade ist ja tatsächlich im Original mit hier Mahmoudou Atje besetzt, glaube ich. Der kennt man ja unter anderem, genau, der ist doch irgendwie, ich glaube, der hatte letztes Jahr eine Netflix-Serie und der ist auch in Jurassic World 3, ist der, glaube ich, auch gewesen. Als eine der 10.000 egalen Nebenfiguren, ja. Gut, ich will ehrlich sein, ich habe hier auf meiner Leitfadenliste, das muss ich nur mal ehrlich sein, ist eigentlich ein umgerieter Kassenbon mit Bleistiftskizzen. Dann steht ansonsten nichts mehr, außer, dass ich für 1,29 Öl geholt habe. Ich glaube, das kann uns aber jetzt hier nicht weiterhelfen, deswegen... Das passt aber gut zum Film. Die Frage an euch, habt ihr noch irgendwas, was ihr unbedingt loswerden wollt über Elemental? Ich habe nur hier noch den Satz aufgeschrieben, ich merke, ich werde alt, wenn ich mich in die Elternrolle reinversetze, anstatt in die Protagonisten-slash-Kinderrolle. Okay, ich fiebere jetzt mit den Eltern mit, die ihren Kindern sagen müssen, ich bin stolz auf dich und da werde ich, das merke ich, mein uraltes Alter. Da muss ich jetzt aber auch sagen, also es gab auch Szenen, die ich wirklich schön fand, also auch zwischen beiden, die ja auch ganz klar irgendwie romantisch konnotiert waren. Also der hat schon seine Momente und das sind die Momente, wo, hatte ich ja schon gesagt, für mich die Pixar-Magie schon irgendwie durchblitzt. Und das waren auch größtenteils wirklich die Szenen, wo die beiden wirklich für sich waren. Ja, okay, aber ich habe mich ja in die Eltern reiht. Du meinst, wo die Eltern für sich waren? Nein? Nein, 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 nein. Ich habe über die Eltern gesprochen, genau. Ja, ja, nee, nee. Das war jetzt das Kontrastprogramm sozusagen. Das ist ja interessant, man merkt gerade, Schlogger ist pädagogisch drauf und der Dorming eher romantisch. Ja, wie fandet ihr denn den Wortwitz mit den zwei Äpfeln, die dann sagen, ich glaube, ich habe jetzt nur meinen Witz im Kopf, den ich besser gefunden hätte, wir sind hier nur am Pflücken. Ach Gott. Aber sie sagen sowas wie, sie sagen was anderes, was nicht ganz so on the nose war. Ja, ich glaube, es war aber fast so ähnlich, meine ich. Naja, okay. Aber das war jetzt nichts Wichtiges. Deswegen, wir sind ja auch schon wieder, die Länge des Podcasts, ernährt sich der Länge des Films. Das heißt, es ist schon nicht schlecht, wenn wir da langsam zum Schluss kommen. Was die Schlagger aber sagen will, sie muss aufs Klo und will dann ins Bett und ich möchte ja diesen Wunsch nicht abschlagen. Deswegen kommen wir jetzt zum Schluss und bevor der Schluss aber eintrifft, kommt noch ein finales Fazit. Und weil ich einfach ein riesen Arschloch bin und mich selbst am geilsten finde, fange ich einfach an und ich sage einfach, Elemental fand ich nett, nicht mehr, nicht weniger. Werde ich mich an den Film in zwei Jahren auch erinnern? Wahrscheinlich nicht. Gibt es bessere Pixar-Filme? Oh ja, die gibt es. Gibt es schlimmere Pixar-Filme? Es gibt keine schlimmen Pixar-Filme. Und damit sage ich, Dominik, du bist als nächstes. Hörf, hallo, Sport. Ach, das war schön. Es gibt keine schlechten Pixar-Filme. Oder Cars 2. Ja, genau. Nee, Cars 2 mag ich gerne. Sag ich ja. Ja, gut, da bin ich einer der wenigen. Ja, Elemental ist, ja, ein okayer Film. Er tut nicht weh. Er ist auch bestimmt ganz lieb gemeint und hat auch teilweise schöne Ideen, aber bleibt einfach so ein bisschen auch unter seinen Möglichkeiten, ist sehr vorhersehbar. Ähm, und, äh, ja, er wird wahrscheinlich auch, also, das ist natürlich irgendwie ganz bewusst, der spricht schon eine relativ jüngere Zielgruppe an, würde ich sagen. Es ist auch nicht so wahnsinnig viel, was Erwachsene sich da rausziehen können, wie ich finde. Ähm, und, ja, so die gesellschaftlichen Parabeln wirken auf mich leider sehr halbgar, hatte ich ja schon erwähnt, das muss ich jetzt ja auch nicht nochmal ausführen. Man kann sich den ansehen, aber, ja, ob man das jetzt unbedingt im Kino muss, sei mal dahingestellt. Ich weiß, ich hab, äh, auch im Trailerama gesagt, das ist ein Film, den ich mir jetzt eher auf Disney Plus ansehen würde. Ich bin gespannt, äh, wie lang er, äh, brauchen wird, um aus dem Kino zu fliegen und dann bei Disney Plus zu sein, äh, landen. Ich nehme Wetten an, ab, äh, der Marke von vier bis fünf Wochen. Leider. Ja, okay, ähm, da bin ich ja dann der Gegenpol. Offensichtlich bin ich vielleicht auch einfach das kindliche Gemüt, das von dem Film angesprochen wird. Und mich hat gar nicht so sehr, obwohl ich die Migrations- und die, das, was du gerade angesprochen hast, die Geschichte, das Thema, obwohl ich das gesehen habe, war das für mich nicht das Hauptthema, sondern für mich ging es tatsächlich um, was eben doch auch Erwachsene lernen können, um was lernt Amber denn von Wade und was unterstützt dadurch auch, warum sie sich so ineinander verlieben. Also klar, für mich natürlich eher, warum Amber sich in Wade verliebt, anstatt warum Wade sich in Amber verliebt. Dass sie nämlich von ihm ganz viel lernt über dieses wertschätzende Kommunizieren, sich zu sich selbst finden, Emotionen. Und wenn man da mal ein bisschen reinsteigt, vielleicht hat man das auch nur begriffen, wenn man da ein bisschen von Ahnung hat. Aber vielleicht kann dieser Film da auch funktionieren nach Türöffner, das wäre natürlich schön. Und dass dieses Thema, und was für mich das Hauptthema neben der Migrationssache war, dieses sich öffnen und finden und genau, Punkt, mehr gibt es eigentlich gar nicht, das hat mich sehr, sehr perfekt berührt. Also es war für mich eindeutig anstatt Elemental Emotional. Und für mich hat mich ja der Film genau richtig berührt. Ich werde mich da sehr lange dran erinnern, keine Ahnung warum. Es war einfach der richtige Moment für mich. Und es war dafür ein sehr toller Film, der auch noch total viele kreative Ideen mit dem Elementen, mit der Elementenmetapher hat. Ja. Ganz unironisch, das freut mich für dich. Und mit dieser positiven Notende beenden wir diese Besprechung. Der Dom darf jetzt noch gleich Tschüss sagen und irgendwas zum Tele-Stammtischen, wo ihr ihn finden könnt. Die Schlogger wird euch dann noch erklären, dass Schlogger ihr Künstlername ist, die Comiczeichnerin und Autorin ist. Eines ihrer Kernthemen ist die Kommunikation und andere mit Kindern und sich selbst. Auf ihrer Webseite Schlogger.de bekommt ihr die volle Ladung Schloggerismus. Und unter Schlogger-Shop.de könnt ihr ihre Bücher und Comics kaufen. Natürlich ist sie aber auch auf Social Media unterwegs. Bei Facebook, Twitter und Instagram führt einfach die Verbindung des englischen Antikels The mit dem Namen Schlogger zusammen. Und das führt euch direkt zu ihr. Das solltet ihr mal ausprobieren. Dann könnt ihr einen Like und einen netten Kommentar dann da lassen. Denn die arme Frau musste mit uns podcasten. Das heißt, sie könnte ein bisschen Nettlichkeit gebrauchen. Denn sie war jetzt viel Kummer ausgesetzt. Ich sage Tschüss. Dann darf Dom und dann darf Schlogger. Tschüss. Ja. Soll ich jetzt ja echt den Chef Andi machen? Man darf dem Tele-Stammtisch gerne folgen auf diversen Social Media Kanälen. Instagram haben wir jetzt auch einen neuen Account. Ansonsten auf unserer wunderschönen, nicht mehr ganz so brandfrischen Website tele-stammtisch.de darf man gerne vorbeischauen. Ihr dürft uns aber natürlich vor allem gerne beim YouTube Upload gerne schreiben. Ob ihr Elemental schon gesehen habt, wenn ihr hier das hört oder auch nicht. Freut ihr euch vielleicht auch noch auf den Film? Seid ihr sauer, dass wir nahezu alles gespoilert haben? Ja, eigentlich nicht. Und ja, so viel gab es eigentlich nicht zu spoilern. Und ich mache jetzt hier Schluss und überlasse das letzte Wort der lieben Schlogger. Ich muss ja eigentlich gar nichts mehr sagen, weil es du schon alles gesagt hast. Das heißt, ich mache jetzt hier den Stu und sage, hallo, ich wünschte, ich hätte bei dem Film mehr gefühlt, aber habe ich nicht. Und deswegen hören wir uns bei der nächsten Besprechung. Ich freue mich da drauf mit meiner wie gewohnt professionellen Art und sage Tschüss. Tschüss. Das wäre erstaunlich akkurat. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Überwertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.